Weiter geht's mit dem verrückten Irren, den ich da killen muss. Willkommen bei der Last of Us by Mastery. Teilnummer... XY... Ungelöst. Ähm, ich bin da gerade nicht gesperrt in dem Clubhouse, oder was das war, von den Bösen. Und da haben wir uns zu zeigen, weil wir haben genauso viel umgebracht eigentlich mit dem einen Chef von der Bande... Ah, da ist er schon. Der ist komplett durchgenallt. Der würde uns da killen, da. Scheiße... Und der rennt gerade genauso irre herum wie wir, und ich hab keine Ahnung, wie wir hinter dem kommen... ...ohne dass er uns bemerkt... ...if es irgendein Schmäh gibt, oder so. Weil der rennt ja wirklich gefallen... Und egal, weil ich drüber rennen, mein Herd... Der hört das dann... Das ist schon fast irgendwie so... End-Boss-like, da. Beziehungsweise ist, glaube ich, der erste Bossfight überhaupt, oder? Bis auf die Blooter... Ich hab keine Ahnung, wo er ist. Ich renne da gerade... Fuck! Ja, er wann hittet mich auch mit seiner Machete da! Das blöde ist, dass er halt auch voll herum rennt. Das kann ich nicht mehr lässig locken. Puh... Vielleicht muss ich den da drunter locken unter dem... ...unter das Radl da, hm? Vielleicht fällt das dann genauer werden drauf. Könnten wir probieren... Hier rein? Ah, jetzt hat er wieder ein Buffen, oder was? Seit wann? Hey Leute, ich war schon weit weg davon. Hm, nein, den kann man nicht da drunter locken. Wäre jetzt eine Idee gewesen, irgendwie. Ziemlich zäh ist das. Hm... So, wo ist er jetzt einmal? Das ist einmal die erste Frage. Naaah... Hm... Ich habe nämlich gar nichts. Ich muss ihn von hinten erwischen. Zweimal habe ich schon erwischt. Das ist wie bei Super Mario. Drei Mal muss man erwischen wahrscheinlich. Ich hoffe nicht öfter, weil noch so ein... Noch so eine Runde. Das wird ein wenig... Ich weiß nicht einmal wo er ist. Soll ich mich einmal anlopfen? Puh... Wahrscheinlich ist er genau hinter mir. Nein. Hm... Kann man irgendwas nehmen? Puh... Okay, er hat mich gesehen. Wo ist er? Ah, da oben ist er. Jetzt weiß ich wenigstens wo er ist. Puh... Ich kann nicht viel machen. Außer immer warten. Bis er die Stellung einmal wechselt, dass ich günstig hinkomme zu ihm. So habe ich keine Chance, dass ich ihm in den Rücken falle. Weil da sieht er mich. Ich kann auch nichts werfen. Da liegt auch kein Ziegelstein oder kein... Boah, jetzt ist er wieder weg. Shit. Oder sonst was herum. Und er rennt auch komplett vogelfrei durch die Gegend da. Also... Nicht irgendwie... Sinnvoll. Scheiße. Dann hat er mich wieder gesehen. Puh... Ich habe keine Ahnung, was ich machen muss. Vielleicht muss ich ihn da drunter locken, dass ihm das drauf fällt. Das schaut irgendwie so raus. So verdächtig. Vielleicht muss ich es runter schmeißen. Vielleicht... Weil irgendwie ist mir das ein wenig schwer, dass ich ihm da einen Rücken falle. Keine Ahnung, weil der ist... Immer weit weg. Und ich weiß nicht einmal, wo ich es. Ich glaube da hinten irgendwo auch wieder... Irrer, wo bist du? Ich will dich doch nur abmurksen. Nur ein kleiner Schnitt. Tja. Ah, da ist er. Ja, ja, ja. Tod. Verdammt, das wäre so knapp, wenn er sich hingesetzt hätte, hätte ihn gehabt. Turan number 5. Ladies and Gentlemen. Puh... 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 Jetzt müssen wir wieder suchen... Ah... Ich meine, wenigstens geht da oder stehe da und nicht da herum... Schleichen. Pah... Hab ich da nicht irgendwie so eine... Ich hab doch... Ich hab doch... Irgendeinen Knopf hab ich? Nein. Hm... Wo man den Nachtsicht oder so einschalten kann... Nein, toll. Ah! Naja, der kommt... Kommt mir nicht mehr. Sobald er mir aushält, ist mir tot. Hm... Ich müsste jetzt kurz zum Insurptionsmeni schauen. Launchmodus war das, glaube ich, oder so, oder? Ähm... Mal schauen... Und dann... Da... 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 Wo schreibt man das ein? Da... Da... Ich probier's jetzt mal ohne Launchmodus... Und... Wenn das wieder nix wird... Ich glaub, den braucht man da vielleicht... Das man weiß, wel zumindest dies... Ich habe keine Ahnung, wie man ihn einschaltet. Pff, das ist ja nicht. Da haben gerade alle Knäpf. Nein. Den habe ich eigentlich nie gebraucht, den Launch-Modus. Vielleicht braucht man ihn jetzt, aber... Na ja. Gesehen, oder zumindest jetzt. Ich kriege lieber die Machete ins Knack. Da ist er hinter mir, oder? Da ist er. Scheiße. Jetzt! Ah, endlich! Endlich, Leute, oder? Und sie schafft man wieder nicht, oder? Shit! Ein bisschen zack, der dritte Teil, wo er selber... Alter, das wird... Das ist, glaube ich, definitiv das Ende. So geschnitten wie das ist, momentan. Jetzt haben wir mit ihm eine Schießerei ein wenig, bis zu ihr, bis sie der Verein sind, und dann... Ist es vorbei, wahrscheinlich? Ah, ich glaube, da waren wir schon überall. Oh, jetzt kommen wir jetzt wieder... Boah! Fälle, Fälle, Fälle! Warte! 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 Fälle sind das geilste! Was war das? Ja... Fünf? Nein... Den holen wir sie dem Fell... Da ist er, ne? Lautlos aus dem Schnee... Was ist das? Noch einer? Ja, Alter, wieviel kommen denn da noch? Kann ich mir jetzt den Revolver nehmen, weil es ist jetzt wirklich der letzte, denke ich... Na! Ja, sag einmal, wieviel kommen denn da noch? Das gibt's ja nicht... Fünf, sechs waren das jetzt, oder? Einer ist immer noch da... War das g'scheit tiefer Schnee? Oder? Oder war's das? Nein... Pfeile möchte ich mitnehmen... Sind alle abbrochen, verdammt... Ja... Hm... Nein... Aber verbauen's Packel nehmen wir auf jeden Fall mal... Kann man uns herstellen... Ich glaub ich werde nicht mehr viel brauchen... Denk ich mal... Schauen wir da noch einer... Ob es da noch was zum holen gibt... Für mich... Eine schöne Lenix... Lässt sich schon cool aus... Wenn sich einer schnippt da... Ah, schön... Idyllisch... Und nur die Ochse gehen wir nicht her... Tja... Dann gehen wir weiter... Das ist da... Glaub ich die Festung von denen... Und killen wir das ganze Camp... Komplett... Glaublos... Und tödlich... Die Klapperschlange... Ah... Da haben wir wieder einen... Die Mächte bei der Wirken... Ich hab grad so Bock drauf auf's Erwirken... Denn ich bin der Wirker... Komm her mein Freund... Zumberwürgen... 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 Dritte Reihe links bitte anstellen... Danke... Danke... Es wird langsam und schmerzhaft sein... Es wird langsam und schmerzhaft sein... Einer ist noch da irgendwo... Ah... Ah... Den machen wir dann mit einem Pfeil... Obwohl den erwürgen wir auch... Jetzt sind wir grad schon... So drinnen... Was soll das denn? Zwei noch... Abbrochen verdammt... Ah... Scheisse... Ja Alter was soll denn das? Der hat wieviel Schuss hat denn der? Einschloch... Fuck... Ja genau... Schweine... Penner... Offen... In die... Nooo... Wo hat mich denn jetzt gesehen? Durch den Schneesturm bitte... Hallo? Frechheit... Ah... Lass mich einfach stehen die Penner da... Das interessiert mich gar nicht mehr... Oder? Das ist schon so ein richtiger... Bescheider Shooter da... Ah... Naja... Dann nehmen wir halt die Pumpgun... Wo ist denn da drinnen? Ich sehe ihn nicht... Ja genau... Wo... Hallo... Wo denn? Er stirbe einfach... Sind das Scharfschützen oder was? Was? Hm... Wo hat mich denn denn gesehen bitte? Ich weiß nicht gut vorher schon... Wenn mich der eine nicht erschossen hätte... Ich glaube die stehen am Dach rum... Gibt's das? Nein... Hm... Nein... Boah... Genau in die... Ahja... So, drei... Da kommen noch mehr... Jawohl... Im Pfeilzug... Nimm den... Die sind abgebrochen... Oder? Nein... Okay... Das waren da alle glaube ich... Wo sind die anderen dann hergekommen vorher? Die kommen da automatisch einfach mehr... Wenn man einen Alarm auslöst praktisch... Das sieht allerdings so aus wie bei der Walking Dead da... In dem einen Dorf... In Season 3 glaube ich... Oder Staffel 3 ja... Schrägstrich 4... Ich glaube bei Staffel 3 habe ich dann aufgehört zum schauen... Weil... Naja... Obwohl das gleiche eigentlich... Ah... Frische Wäsche... Ist das der Ellie Rucksack, gell? Tja... Na schön... Was ist das? Was macht Alice Zeug hier? Fleischbestandsbucht... Das wird interessant... Eieieiei... Soll ich mir das überhaupt lesen? 2.331 Kilo... 2.331 Kilo... Das muss besser werden... Das wird immer weniger... Hm... 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 Naja... Woah... Woah... Okay... Oh Gott... Das sind ja 20 Geld oder so... 2.331 Kilo... Ich muss sie finden... Woah... Ich muss sie finden... Hm... Haben eh einen ganzen Hirsch schon erledigt... Das verstehe ich nicht... Dänische Delikatessen haben sie da gelagert... Ah... Okay... Ich glaub wir haben sie wieder gewunden... Lebt der eine nun auch... Ah doch... Tatsächlich... Ah mit 3 Messerstiche direkt in Brust... Weiß nicht ob er noch so lange lebt... Und... Einen fetten Machetenhieb kriegt er auch so wieder leicht... Okay... Den muss ich steuern... Da führe ich... Ich hoffe ich hab nicht zu lange geworbt... Komm 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 komm... Go 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 go... Wird's ihr es schaffen... Meine Damen und Herren... Natürlich nicht... Aber er kommt jetzt und gibt... Das gibt's ja nicht... Was ist denn das für... Steuern auf dem Handel... Hey... Kommen wir da weiter... Das geht sogar ja... Oh oh... Ich hoffe ich bring's nicht ab... Was ist denn das für ein perverser... Irrer... Sadist... Leck mich! Man hört schon wieder voll leise... Sorry Leute... Es liegt sich wieder am Spül... Schlechte Abmischung... Und... Tod ist er! Da... Au... Oida... Oida... Warum muss das sein? Recht ja... Es ist okay... Ich bin's... Ich bin's... Ich bin's... Hier... Ich bin's... Er wollte mich... Ich weiß... Okay, klar... Es ist okay... Es ist okay... Okay, das haben wir mal gelöst, das Problem. Hallo? Wie herrnix? Hm. Wollen wir das Gesicht noch sehen? Nein. Leute, jetzt habe ich schon, glaube ich, das Spiel ist vorbei. Na gut, bis gleich.